Ein Mann, der dem Eisklettern sein Leben widmete, aber gleichzeitig ein begnadeter Allrounder auch am Fels war. Schon im frühen 20. Jahrhundert gelangen ihm spektakuläre Erstbegehungen, wobei er vor allem für eines stets bekannt war. Er war ein Verfechter des Alpinstils, in einer Zeit, in der technische Hilfsmittel immer beliebter wurden. Sein Name? Wilhelm Willow-Welzenbach. Wilhelm Willow-Welzenbach wurde am 10. November 1900 in der Stadt München geboren. Hier wuchs er in einer Beamtenfamilie auf, galt als guter Schüler und verließ diese auch mit gutem Abitur. In München studierte er dann auch und legte schon 1924 das Examen als Bauingenieur ab. Seine berufliche Laufbahn war definitiv beachtlich, denn schon 1929 war er Baustadtrat in München. Doch sein Beruf war es nicht, der ihn zum Bergsteiger kürte. Es war seine alpinistische Leistung, denn schon 1921, während seines Studiums, trat er dem akademischen Alpenverein bei. In diesem befanden sich viele Studenten mit einer ähnlichen Leidenschaft und hier konnte er gemeinsam mit Kameraden seine Liebe zu den Bergen ausleben. Zu Beginn seiner bergsteigerischen Karriere vor allem im näheren Alpenraum, also den Allgäuer Alpen, dem Berchtesgadener Land, aber auch in weiterer Ferne, dem Ötztal und dem Stubayer Alpen, also auch in Tirol, gelang ihm das. Im Wilden Kaiser, aber auch im Wettersteingebirge gelangen ihm denkwürdige Errungenschaften. Darunter zum Beispiel die Fleischbank Ostwand, der Predigtstuhl über den Fichtelweg, die Schüssel K. Südwand und unzählige mehr. Er sammelte wöchentlich, egal ob auf Skiern, am Fels oder im Eis, neue Erfolge. Sein Gipfelbuch war bestens gefüllt. Und Velo Welsenbach war auch bereit, jedes Mittel für das Besteigen der Berge zu nutzen, zumindest wenn es um die Anreise ging. In der krisengebeutelten Zeit um 1923 herum zog er mit Rucksäcken voller Essen in die Schweiz. Er brauchte nicht viel, die Berge genügten ihm stets. Dort bestieg er diverse Gipfel im Monterosa-Massiv und auch im Berner Oberland, den Mönch, die Jungfrau, das Finsterahorn und viele weitere Gipfel. Er bestieg im Prinzip in diesem und dem folgenden Jahren alle großen Gipfel, die es in den Ost- und Westalpen gibt, unabhängig von Komplexität und Co. Im Sommer 1924 gelang ihm dann aber eine besonders eindrückliche Leistung. Es gelang ihm als erster Mensch der Welt, die Nordwestwand des großen Wiesbach-Horns zu durchsteigen, obwohl man sagen muss, dass dies nur eine von über 50 Erstbesteigungen war, die ihm gelang. In den Jahren darauf beschäftigte er sich auch mit der Aktualisierung bekannter Kletter- und Bergführer in Buchform. Dabei entdeckte er insgesamt 20 neue Routen im Zugspitzmassiv, unter anderem einen neuen Weg durch die Nordwand des kleinen Wanners und die Nordwand der Schönangerspitze. Doch im Jahr 1926 erkrankte er am Ellbogen und musste so über längere Zeit dem Bergsport den Rücken kehren. Eine lange Zeit davon verbrachte er in einer Heilanstalt in der Schweiz. Da sah ich nun Tag für Tag die Berge, denen meine Sehnsucht galt, doch ich hatte jede Hoffnung aufgegeben, mich ihnen jemals wieder nahen zu können, schreibt Willow Welsenbach über seine Zeit in der Schweizer Heilanstalt. Und trotz der Schmerzen und Probleme mit seinem Ellbogengelenk machte er weiter. Leistungen wie die Pallavicini-Rinne am Großglockner waren ihm aber immer noch zu wenig. Er wollte mehr. So ließ er sich ein Jahr darauf ein künstliches Gelenk implantieren, um wieder in die Berge ziehen zu können. 1929 sollte er nämlich aufgrund der Probleme kein Teil der deutschen Expedition seiner Kollegen vom Alpenverein werden. Diese zog ohne ihn zum Kang-Jeng-Jönger, um diesen erst zu besteigen. Doch er begnügte sich mit Leistungen, von denen die meisten Bergsteiger unter uns nur träumen können. Schreckhorn, Agiverr, Watzmann-Ostwand, Mitte-Legigrad am Eiger oder großes Fischerhorn. Alles Leistungen, die er als Ersatzprogramm durchgezogen hat. Eigentlich unglaublich. Doch auch das alles war für Willow Welsenbach keine Befriedigung. Er wollte ebenfalls in den höchsten Bergen der Welt sein Bergsteigen ausleben. Wie er das machte? Er entschied sich, den Nanga-Pabat erst besteigen zu wollen. Niemand wusste, ob dieser Berg überhaupt bestiegen werden kann. Doch die Chance zu einem Versuch sollte Welsenbach erhalten. Er war Teil der deutschen Nanga-Pabat-Expedition 34. Mit dabei Willi Merkel, Ulrich Wieland, Erwin Schneider und Peter Aschnenbrenner unter anderem. Über die Besteigung dokumentiert Welsenbach. Wir Teilnehmer der deutschen Himalaya-Expedition haben uns ein hohes Ziel gesteckt. Ob wir es erreichen werden, vermag niemand vorauszusehen. Die Versicherung können wir aber haben, dass wir alles daran setzen werden, um das deutsche Bergsteigertum und die deutsche Wissenschaft im Auslande würdig zu vertreten und damit dem Ansehen unseres Vaterlandes zu dienen. Dies ist unser oberstes Ziel im Kampf um den Nanga-Pabat. Doch was passierte am Nanga-Pabat? In aller Kürze, am 7. Juli 1934 schien die Expedition immer erfolgsversprechender zu werden. Ein Team, dabei auch Willi Welsenbach, wagten den Vorstoß zu Lager 7 auf bereits 7.895 Metern, also nicht mehr weit vom Gipfel entfernt. Hier sollten sie auf das restliche Team warten, um dann gemeinsam einen Gipfelversuch zu starten. Doch dann passierte das, was am Nanga-Pabat so oft passiert. Das Wetter schlug um. Ein Orkan legte sich um den Nanga-Pabat und dazu kam noch, dass einige Männer immer mehr mit der Höhenkrankheit zu kämpfen hatten. Bereits im Juni verstarb sogar einer der Teilnehmer daran. Die Zeichen standen also denkbar schlecht. Die Folge, Willi Merkel brach die Expedition letztlich ab. Die Teilnehmer sollten von Camp zu Camp, Schritt für Schritt in Richtung Basislager zurückkehren. Doch das funktionierte bei weitem nicht so gut, wie sich das Willi Merkel vorstellte. Beim Versuch des Abstiegs gingen einzelne Bergsteiger verloren, manch andere erfroren. Darunter auch Wilhelm Welzenbach. Insgesamt forderte der Nanga-Pabat bei der deutschen Expedition 1934 12 Leben. Darunter 8 Sherpas und 4 Bergsteiger. Unter ihnen neben Willow Welzenbach auch Alfred Drexel, Uli Wieland und auch Willi Merkel selbst. Bei dieser Expedition wurde der Nanga-Pabat zu einem Schicksalsberg erklärt. Und auch politisch stand er nun für eine große Herausforderung. Doch von Wilhelm Welzenbach blieb weitaus mehr als nur ein Bergsteiger, der extreme Leistungen vollbrachte. Er war ein Pionier des Eiskletterns. Er schaffte Nordwände, die als unmöglich erschienen. Und neben seinem Verzicht auf jegliche technische Ausrüstung erfand er auch noch den Eishaken, mit dessen Weiterentwicklung eine beliebte Sportart, das Eisklettern, entstand. Willow Welzenbach war ein Pionier. Er galt als ein Sturkopf, als ein Draufgänger, als ein leidenschaftlicher Bergsteiger. Es ist bald 100 Jahre her, dass Wilhelm Welzenbach diese Leistungen in den Alpen, aber auch im Himalaya erbrachte. Er war ein Vorreiter für eine Zeit und eine Gesellschaft des Bergsteigens. Auch deshalb sollte man ihn nicht vergessen und ihn als eine wahre Legende in Erinnerung behalten. Er war ein Pionier des Eiskletters.